So, wir machen weiter. Es ist wieder eine Delegation zu uns geschickt worden. Und zwar haben wir das jetzt schon zweimal, glaube ich, gehabt. Es gibt am Bodensee, gibt es eine Akademie, die so Artisten ausbilden. Und da waren schon tolle Leute hier, die hier, weiß ich nicht, sich gegenseitig durch die Luft geworfen haben und so weiter und so fort. Und diese Akademie schickt uns jetzt in regelmäßigen Abständen, immer dann, wenn es Musterschüler gibt, eben diese vorbei, damit die uns beglücken. Und heute ist es mal wieder soweit. Zwei junge Männer sind da mit einem ganz speziellen Gerät. Du darfst da nichts mehr sagen. Alles wird sofort Sexismus. Und den Rest schauen wir uns an. Hier sind die Vertreter der Zirkusakademie. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.